Ich komme ins Gefängnis, das ist Kierkühlerei. Echt? Ja. Wir müssen so und so viel Quadratmeter oder Hektar Land haben für so und so viele Kühe. Da wir die Platz haben, dann müssen wir uns nicht losbreiten. Das war die Platz. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier.